Hey Leute, wie geht's euch denn so? Willkommen zum dritten Video auf dem Kanal. Heute Minecraft Sky Force. So, hiermit wird schon mal geklärt, was wir hier machen. Ihr merkt eventuell, ich hab endlich mal eine Musik im Hintergrund. Das gönnt die Videos schon auch, wenn es jetzt nicht die beste Musik oder die Krache ist. Immerhin mal ein bisschen besser machen. Das Video ist hauptsächlich aus zwei Gründen. Jetzt dann auf meinem Kanal. Oh Gott, oh Gott, auf meinem... Nein! Äh, nein, auf meinem Kanal! Nein, auf meinem Kanal, weil ich etwas fragen wollte. Ich wollte fragen, ob es irgendwo in den Massen meiner richtig vielen Zuschauer und Abonnenten gibt. Wenn irgendjemanden gibt, äh, der jetzt, äh... Wann, der hier kommt darüber? Ich weiß mal nicht. Der weiß, wo ich hier irgendwo mal ein paar Uncopyrighted Songs her bekomme, weil ich sonst nämlich die ganze Zeit nur dieses Eigentlichen benutze. Und ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was jetzt, äh, ja, YouTube Qualitätsvideo betrifft. Ich wusste, er kommt drüber. Ah, okay, Don doch nicht. Der hat nur sein eigenes Leben im Kopf. Wie? Schön, wenn man Geistesverwandte trifft. So, immerhin. Jetzt haben wir ein Schwert. Nebenbei. Ich hab das Zauberreket. Ist eventuell wegen dem Zaubertächt und sowas ein bisschen auffällig, dass ich das Zauberreket hab. Ja, ich wollte es einfach mal sagen. Äh, okay, okay, okay. Ich hab' ich immer wieder mit. Ein bisschen was geiles zu essen. So, mal gucken, ob keiner kommt. Nice. So, und jetzt würde ich mal sagen, gucken, ob der Tuck macht. Und es hat hier mal ein bisschen raus, was wir nicht brauchen. Ich hab' auch ein P-Check-Metell von mir. Ja, so. Ja, wobei, das Leben passt eigentlich so leicht. So schlimm ist es gar nicht mal. Wie ich es mir eigentlich vorgestellt hab. Äh, trotzdem, ich würd gerne wissen, ob irgendjemand von euch eine Ahnung hat, wo ich ein Copywriting-Songs herbekomme. Wie ich dann für meine Desplates besitzen kann. Ah, nee, ich find' das ist... Ich kenn' das einfach nicht mal. Was ist drauf denn? Genau. Ich hab' auf innener Map hab' ich mal, äh... Ja, man versteht, ich hab' die Hand. Ich bin seitdem auf der Suche. Und... Nach der Map. Und ich find's ja nicht. Ich kenne das Gefühl, wenn man sucht und dann... Äh, äh, äh... Find' ich jetzt einfach nicht. Wie ist so. Nur paar Glück hier reinnehmen, ey. So. Hier. Ach. Geil. Kommst du jetzt auch mal runter? Ich hab extra ein Gold... Ach. Arsch. Ja, komm hin. Komm hin. Komm, bitte. Ich hab' schlichter Segel... Weißt du. Bitte komm runter. Bitte komm runter. Bitte komm runter. Komm runter. Kumpel, wer du gar nicht mal mein Kumpel bist, nein, verpiss dich, fuck Der hat jetzt nicht wirklich das Spiel gewonnen, weil... war ich der letzte, ne, der ist wirklich der letzte Ich hätte den Gold dafür nicht gegeben sollen, sondern reinboxen sollen Naja, wir sehen uns zur nächsten Runde Fuck, er hat's nicht geschrieben, okay, hi Leute Runde 2, wie ich gesagt habe Äh, so, wieder mit dem Zauberer-Kit, weil es das einzige Kit, abgesehen vom Standard-Kit ist, das ich habe Äh, also, gehen wir mal hoch Ähm, ja, es ging um, in dem Video habe ich ja schon gesagt, es geht um hauptsächlich zwei Sachen Äh, die zweite Sache, um die es geht Ist, ich hab noch mal was geplant Ja, ich plane viel Ich weiß selbst nicht warum Oh Gott, ey, geh weg Geh weg Äh, so Und zwar Ich hab jetzt auf dem Computer Scheiße Nen Emulator Ähm, Gameboy-Emulator Und da wollte ich mal fragen So, ich wollte fragen, ob Ja, ob ihr ein Äh, Fire Emblem LP sehen wollt Ja, ja Das ist, was ich fragen wollte Weil, ich hätte eigentlich ziemlich Bock drauf Frage ist bloß, ob ihr Bock drauf habt Und ich glaube, ich hab da unten Nein Nein, bitte nicht Nein Oh Gott, das ist mir nicht Was für Troll? Devo, nicht mir Blödes Arschloch Oh Gott, ey Oh Gott Wow Easy Das war genau das richtige Timing Ey Hallo Krass So Kannst du mal was essen? Ja, wo ich fragen Wollt ihr das Play? So ein Fire Emblem Teil Es stehen drei zur Auswahl Der Ich bin da, ey Das ist, das wäre dann der Warte mal So Ja Das wäre dann der erste Teil Jetzt kannst du mal ein Fire Emblem Mit Lynn und sowas Sacred Stones mit Ich bin mir nicht sicher Ich glaube, das müsste Erika dann sein Ja, Sacred Stones mit Erika Oder Shield Swords mit Ja, den Nachbarn Meiner Meinung nach Wer ist das Beste Warte Wer ist das Beste Dass ich Wenn ich das normale Fire Emblem spiele Ist halt Klar, dass es das Beste wäre eigentlich Ja, weil Es wäre, glaube ich, ziemlich klug Den ersten Teil als erstes zu spielen Und Bitte treff Oh Gott, ich habe getroffen Schön Sehr schön Ich habe doch irgendwas gesehen Ja, da steht er Nein Nein Hat er mich gesehen? Ich glaube, der hat mich noch nicht mal gesehen So Den hole ich mir So, den hole ich mir jetzt Leute, den hole ich mir Was ist denn hier los? Die Junge, die ich geleckt habe Okay Okay, den habe ich Äh, ja Bloß ist die Frage Wollt ihr den ersten Teil sehen? Falls ja Schreibt sie in die Kommentare Dafür sind sie da Was, nein? Was ist das jetzt wirklich passiert? Fuck Okay Verdammt nochmal Verdammt nochmal Okay Ähm Ich würde mal sagen Nächste Runde Komm Komm Nice Komm Ah Geil, komm Ey Das finde ich Das finde ich klasse Ja, ja Das finde ich klasse Ups Äh So Ja Ach, geht doch So Leute Dritte Runde Tut mir leid Dass ich vergessen Ich habe den Passiv wieder Zu machen Ich bin einfach Dämlich Ähm Ja Thema Thema Fire Emblem Ähm So Die Sache ist Ich habe Die drei Teile Habe ich Äh Die drei Teile Habe ich Äh Zwei komplett gespielt Und den anderen Habe ich Ein bisschen Gezockt Nicht wirklich viel Also Ist wirklich lächerlich Wie weit ich den Gezockt habe Mensch allein Und Ähm Da Alter Habe ich jetzt Ich habe ernsthaft Die ja Kreckung Und Ich habe die Ähm Und da wäre dann halt Die Frage Ob ich es eventuell Ich es doch so machen würde Oder sollte Äh Dass ich Dann Ähm Ja Ähm Komplett Ich bin einfach Komplett Das Volle Das Ähm Die Sache ist halt Ich habe Diese Teile zwar Gespielt Weiß aber Wirklich Nicht mehr Im geringsten Was davon Also ich weiß Zumindest mal Nicht mal Im geringsten Was von Sealsort Was die Nachgeschichte Der Was die Geschichte der Kinder Der Hauptcharaktere Aus Dem ersten Teil Fire Emblem Was Die Normalen Ist Davon weiß ich Gar nichts Mehr Vom Fire Emblem An Sich Sei jetzt mal Also das Allererste Weiß ich Noch Ein bisschen Was Aber auch Fast Nichts Weiß ich auch Fast Nichts Äh Die Frage Ist halt Soll ich Jetzt Soll ich Soll ich Soll ich Ich hab grad Gehörgerlössich Anzusehen Um mich gleich In Kontrollsatzung Bekommen Die Frage Ist halt Jetzt Soll ich Das ist Fire Emblem Das erste Spiel Damit halt Die Leute Wissen Was abgeht Und alles Wo ich halt Noch was Davon weiß Aber nicht so viel Also ich bin generell Mit der Fire Emblem Vertraut Das ist Einmal in Lieblingsspiel Rein Ich hab auch Feier Emblem Awakening Nicht gespielt Und In Fates Hab ich fast Alle Wege Und Ja Wenn ich Dann halt Den Spanj Seal Sword Spielen Würde Da Wäre das Dann halt So Dass es Scheiße Ist Dass Ich Das Ist Die Leute Die Geschichte Von Den Eltern Und So Aber Ich Wird Fast Gar Nichts Mehr Davon Zu Aber Die Geschichte Von Second Stones Erika Und So Da Weiß Halt Gar Nichts Mehr Davon Was Bedeutet Beziehungsweise Hab ich Vorher Bisschen Gezockt Was Bedeut Ich weiß Halt Echt Nichts Von Der Story Könnte So Darauf Reagieren Wie Noch Nicht Normale Reagieren Würde Kann Man Das Formulieren Ich Denk Mal Schon Und Nein Da Das Zeug Gerippt Ich glaube hier ist noch die NT Ach man Sind hier unten noch die Dias Ja die Dias sind noch da Und er hat Ja weiß Danke Das nehme ich an Das nehme ich an Ähm Ja Ich Das passieren die ganze Zeit Sachen Ich lasse mich Irgendwie so ein bisschen zu leicht abdenken Ich passiere die ganze Zeit irgendwelche Sachen Und dann bin ich wiederkommen Ja Ja Und Jetzt ist Okay Okay So, das Schwert habe ich absichtlich gemacht, ich will mir nämlich hier hin machen und da hier sowieso noch was ist, kann ich nämlich hier ganz einfach mein Schwert nochmal, mein Schwert verzaubern, wenn ich mein Schwert verzaubern habe, dann kommt es mit dem Schwert, das muss ich doch füchern, machen, ja, komm, okay, so, so, und meine Frage wäre dann jetzt halt, hier ist am liebsten, ein Let's Play, was eigentlich komplett blind ist, wo ich eigentlich, wo ich so die ersten zwei Missionen kenne, ein Let's Play, was rein theoretisch blind ist, ich habe es schon mal gespielt, aber weiß halt nicht gar nichts davon, oder ein Let's Play, wo ich noch Stücke davon weiß, aber halt der erste Teil, so, dass wir wissen, was angeht, bei der ganzen Reihe, generell der erste Teil, was da los ist, und da ich da jetzt nicht selbst entscheiden will, habe ich mir gedacht, mache ich einfach das Video hier, fragt direkt nach den Liedern, und, wobei das Lied mir eigentlich gerade ziemlich gefällt, und ich habe überlegen, ob ich überhaupt neue Lieder brauche, oder einfach das hier laufen lassen, trotzdem, einfach in die Kommentare schreibe, ich kann immer besser Musik hier brauchen, und, da wollte ich halt einfach mal, euch Zuschauer fragen, wie es euch denn am liebsten wäre, wie ich das jetzt mache, wie ich das jetzt mache, aber Items, geil, ist hier irgendwas Besseres da, ich will die Halterin geben, ich will die Halterin geben, ich will die Halterin geben, so, oh, also ich will hier gerade die Kontrolle, wo ich mich getan habe, so, das muss, zwei Spieler, lass mich raten, der ist in der Mitte, das muss ich sagen, das muss ich sagen, das muss ich sagen, das muss ich sagen, ich will die Halterin geben, aber ich weiß nicht, dass ich ernsthaft, ja, nee, das ist ja da, da ist er, ja, hallo Harald, na, wie geht's, jetzt ist die Frage, ob ich eine Protection 3 Eis oder so machen kann, Protection 1, Ich versuche mir eine Position zu suchen, in der ich so ein bisschen einen Vorteil habe. So. Shit. Der kommt auf jeden Fall. Ich will mal. Da ist er. Ich will mal sagen, ich baue mich da auf den Baum. Hallo Baum. Das ist... Okay. Vielleicht doch doch. So. Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was euch am liebsten wäre. Oh Gott ey. Der halt einfach so gescheuert benutzt. Nice. Oh mein Gott. Oh mein, das ist geil. Hallo. Oh nein, 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 nein. Der rackt mich weg. Alter. Was ist denn falsch bei dem? Alter, wie gut spielt der denn? Was hat denn da vorgelegt? Auf dich zu heilen. Nein, 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 nein. Komm schon! Nein! Schade. Naja. Ähm, schreibt... Also jetzt... Schluss vom Video. Ist wahrscheinlich schon lang genug. So erstmal GG an den. Ähm... War ja knapp. Und er hat gespielt. Äh, ich würde mal sagen... Das war's mit dem Video. Und... Schreibt mir die Musik in die Kommentare, falls ihr welche habt. Also... Un-Copyrighted-Songs-Bar. Der Gong-Server bricht hier wieder halb zusammen. Ich bin immer noch nicht von der Map on. Egal. Ähm... Schreibt's mir in die Kommentare, falls ihr da was habt. Und... Ja, Fire Emblem. Ihr dürft aussuchen. Welchen Teil ich spiele, falls nichts kommt. Dann spiel ich einfach Sacred Stores. Weil... Den Teil kenn ich nämlich. So. Geil. Connection lost. Ja, das war's mit dem Video. Bitte immer bewerten, damit ich... Gucken, dass ich... mein Video's besser mache. Und... Ciao! Ich trefe auf dem Video.